schönen guten tag meine freunde auf maverick tv zu einem neuen unboxing video und zwar stelle ich euch heute das gute stück hier vor erst mal suchen wir das mal ganz kurz ran und zwar handelt es sich hierbei um sehr schön verpackte beefsteak tartare nach art filet american tradition hergestellt aus rindfleisch mit frischem zwiebel nach niederländischer rezeptur viele länder hier an der produktion beteiligt so sieht es aus hier oben die zwiebel schön getrennt wie man sehen kann in so einem wunderschöner so einer wunderschönen verpackung jetzt öffnen wir das gute stück mal kurz fantastik noch mal eine öffnung also wirklich sehr schön und da haben wir dieses prachtvolle exemplar meine freunde wie es duftet jetzt habe ich mir hier mal eine schnelle schritte vorbereitet um das gute stück gleich mal natürlich kosten zu können nehmen wir schön erst mal das messer und ballern an kräftigen kräftigen schuss davon wie ihr sehen könnt aus brötchen jetzt nehmen wir die super ausgesuchte zwiebel aus einem sehr feinen garten die extra dazu vorbereitet wurde da drauf und hauen uns noch einen gurkenstick rein weil es damit natürlich besser runter geht gleich dazu und jetzt kosten mal mal dieses dieses gute stückchen hier unfassbar stark es fehlt natürlich ein bisschen Salz und Pfeffer aber ich kann es nur weitere empfehlen beefsteak tatar nach art filet american tradition hergestellt aus rindfleisch mit frischen zwiebeln nach niederländischer rezeptur meine freunde in diesem sinne bis zum nächsten anbocklink auf maverick tv